Jo Leute, es geht hier ist Basti von ZombiesGermany mit einem neuen Tutorial und zwar diesmal wie man ein komplett kostenloses MG08 bekommt. Und zwar braucht ihr dafür nur die Maxis Drohne und müsst zu 4 Spots laufen wo Coins sind. Und da müsst ihr einfach die Maxis Drohne starten über den Coins oder in der Nähe von denen und dann mit der Maxis Drohne da hinlaufen. Dann nimmt die Maxis Drohne diese Coins auf und dann müsst ihr 4 Stück sammeln und dann ist am Ende vor dem Packer Punch ein gepanschtes MG. Ihr seht hier, hier ist der erste Spot. Ganz easy, einfach beim Packer Punch direkt auf so einer Holzkante. Der nächste Spot ist hier direkt bei der Kirche. Hier über diesen Fußstapfen laufen, nach oben gucken. Da ist die nächste Coin. Die dritte Coin. Also ist egal in welcher Reihenfolge ihr das macht. Das ist komplett belanglos. Einfach alle Coins sammeln, das reicht. So, und die nächste Coin ist bei Generator 5. Auch direkt auf so einer Holzkante, also bei Stamin Up. Seht ihr hier direkt. Einfach nur wieder die Drohne starten und fertig. Die letzte Coin ist am schwersten zu finden. Ihr müsst aus dem Spawn rauslaufen in Richtung von Generator 2. Und dann seht ihr auf der rechten Seite so einen kleinen Durchgang, der mit Feuer zu ist. Und da ist so gerümpelt, steht da ein bisschen. Und da ist mittendrin, ist halt so eine Coin. Die Maxis Drohne fliegt dann da automatisch hin. Einfach nur die da in der Nähe starten. Nimmt die auf. Und dann fliegt die automatisch hin. So, jetzt seht ihr, hat die letzte Coin aufgenommen. Ich bin da jetzt hingerannt. So, renn da jetzt hin. Und jetzt seht ihr hier den, ich weiß nicht mal, Magnetbeschleuniger. Genau, Magnetbeschleuniger ist es. Ist hier jetzt kostenlos. Nur die paar Coins sammeln, Maxis Drohne machen. Und das war's schon. Wenn ihr nicht wisst, wie die Maxis Drohne geht, da wird heute noch ein Tutorial zu kommen. Also ist auch nicht so schwer. So, jetzt schießt MCO damit mal. Sieht richtig geil aus. Und das halt komplett kostenlos. Richtig geil. Also, wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch weitere Videos sehen wollt, gebt einen Daumen hoch und abonniert. Heute kommt vielleicht noch der 1, also der 1,5 Schritt vom Easter Egg. Das erkläre ich dann alles in dem Video. Und ja, dann kommt der Schritt noch. Die Maxis Drohne kommt heute vielleicht noch, muss ich gucken. Abonniert, wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt. Und wir hören uns im nächsten Video. Haut rein.